Wenn man das Stechen um den Sieg im großen Preis nicht nur gewinnt, sondern darüber hinaus das zu einem stilistischen Höhepunkt macht, muss man sagen, dann darf man glaube ich vor Ehrfurcht den Hut ziehen vor jenem Reiter. Und all diejenigen, die das am letzten Wochenende miterlebt haben mit dem großartigen Hengst, mit Mumbai, mit dem Sieg in Riesenbeck, das war eine Präsentation der besonderen Art. Und von meiner Seite auch von jetzt und von hier auch noch einmal die größten, nicht nur Glückwünsche, sondern einfach auch die höchsten Anerkennungen. Sitzt Christian Kuckuck jetzt im Sattel von Konstantin. Konstantin, siebenjähriger Wallachem von Cholestus Kidam de Revelle, war erst erfolgreich mit Nicole Persson und die hat dann die Zügel weitergegeben an Christian Kuckuck. Seit 2019 lediglich im Besitz des Hauses Bärbaum, denn mit der Mutter war Quitte, war Denise Sulz, die Züchterin, hoch erfolgreich bis in die schwere Klasse. Wir erinnern uns daran und aus dieser Quitte des Hauses Sulz, mit dem Cholestus angepaart, Konstantin und der zelebriert das Ganze hier wieder mal Spitzenrunde und damit jetzt hier noch einmal die deutliche Führung.